so da sind wir schon bei der nächsten aufgabe nämlich fügelspielern 30 sekunden nach der landung aus dem schlachtenbus schaden zu und das mache ich jetzt ganz simpel ich lande einfach irgendeinem hinter also ich fliege irgendeinem hinterher ich gucke jetzt einfach gerade ob zufällig einer in vpnkw landet geht dafür natürlich eine solorunde da ich da halt immer öfters bots drin habe so ich hoffe jetzt nur dass hier auch irgendeiner ist ja da ist schon der erste eben fliege ich jetzt einfach hinterher und ja wohin hallo wird bei mir landen ja wo will er denn hin also so war zumindest mal mein plan ich fliege im alter hinterher einmal da ist noch einer da haben wir schon mal die 100 schaden gemacht wenn er natürlich in der stadt landet könnt ihr das ganze natürlich noch einfacher machen in dem halt einfach direkt an zwei leuten schaden macht weil ein bisschen zeit habt ihr ja um euch quasi ein bisschen auszurüsten aber so wird es halt am einfachsten machen so mache ich jetzt auch noch mal und dann werde ich die aufgabe die die geschafft haben und wie gesagt ich hoffe ich konnte euch helfen wenn ja gerne dank da lassen gern abo da lassen und in dem sinne würde ich sagen sehen uns bei der nächsten aufgabe und haut rein